Guten Tag, meine Damen und Herren, ich darf Sie recht herzlich begrüßen zu unserem Rheinpark-Konzert. Es ist heute zum Tag der Musik. Wir machen ja seit 2009 eigentlich immer ein Rheinpark-Konzert im Juni. Aber dieses Mal ist es ein besonderer Tag der Musik. Der Deutsche Musikrat und auch der Bundesmusikverband für Chor und Orchester haben diesen Tag heute ausgerufen als Friedenstag der Musik in Angesicht der Ereignisse, die in der Ukraine im Moment sind. Und deswegen freue ich mich auch sehr, dass wir heute hier drei Damen und Herren von den Maltesern da haben. Normalerweise ist ja hier Eintritt frei. Aber wenn Sie wollen, dürfen Sie was da in die Sammelbüchsen tun. Das ist dann wirklich für die Geflüchteten, die hier in Wesseling angekommen sind und Schutz gefunden haben. Und es wird ja das große Camp hier in Wesseling von den Maltesern betreut. Herzlichen Dank, dass ihr da seid und diese tolle Aufgabe macht und heute auch bei uns beim Konzert sammelt. Vielen Dank. 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 Vielen Dank.